Du hast Brüste. Du hast ja Brüste. Oh, was steht hier ins Geburt? Bronze, Silber und Gold, wie es aussieht. Und das wertvollste ist dann das in der goldenen Küste, oder was? Ähm, warum muss ich? Verstehe. Jawohl. Schon wieder Mucke hier. Alle Mitarbeiter von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Impfbereich verlassen, sobald der aktiver Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Spassig. Oh, geschafft. Oh, ich liebe die Musik irgendwie. Natürlich. Natürlich. Hausmusik. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. Ich will dich nicht mehr. Ähm... Ähm... Hier drin kann ich ja nix machen, oder? Nee Äh... Ich muss irgendwie die Tür öffnen, oder nicht? Also muss ich den Kabel folgen, oder was? Und das ist irgendwo dahinter, oder was? Das hätte jetzt Knappern können Was ist das denn? Äh... 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 Elektro Das geht nach links Kommt aber hier nicht mehr raus Kommt auch nicht irgendwie an der Wand hoch Ich hab ihn Tips Aus... 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 Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also wenn ihr die Lösung habt, könnt ihr gerne Bescheid geben. Ich bin ein bisschen verwirrt. 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 So, endlich. Es sollte uns nicht überraschen, moderne Waffen auf zivilem Testgelände zu finden. Wissenschaft und Krieg gingen schon immer Hand in Hand. Bist du darauf programmiert, das zu denken? Sag mir so. Das ist das, was ich glaube. Auch die von dir so geschätzten Kartons begannen als revolutionäre Informationsbeschaffungsmethoden. Ich dachte schon, der haut mir jetzt nochmal in die Phrasen. Ich will erstmal hier lang, weil ich glaube, hier ist so gesehen eigentlich auch eine Sackgasse. Gut. Dann gehen wir jetzt zur Golden Kiste. Hallo. Wodka. HS23 erweitertes Magazin. Und Sivostoczka, tanzende Säge. Ost新. Musik Alles klar Bitte Vorgang auswählen Schatz, muss verbessert werden Wir haben E047, egal jetzt So, hier geht es auch jetzt nicht raus, ne? Sorry So, wo sind wir denn? Hallo, mein Lieber Was geht? Was geht? Oh Was geht? Was? Du bist ja ein Elektroschocker Aua Los her mit einem Supraleiter und Energiemodul So Schön Oder so Hier ist doch auch wieder ein Automaten drin, oder? Also das ist immer gleich, okay Speichere Daten Nein Da Haben wir gemacht Wird aber trotzdem noch angezeigt Das finde ich ein bisschen Kann nichts machen dagegen Gut, wir laufen in die Richtung, weil Hier soll irgendwo unser Ding sein, oder? Die meinen Testgelände 9 Paarstedt Die meinen Testgelände 9 Also laufen wir jetzt am Wasser entlang Zum nächsten Fragezeichen Weg von den Was? Oh, ich höre überall nur diese scheiß Blumen Verschlossen Was denn auch sonst? Charles, öffne sie Leider bin ich Nicht in der Lage Türen zu öffnen Ach, immer die gleiche Leier Ich kümmere mich selbst drum Lauf denn Lauf denn So, wieder ein Automat Weiter knapp Weitere knapp Weitere knapp Weitere knapp Weitere knapp So, hier ist es Wasser, das ich meinte Hat er mich trotzdem noch getroffen hat Mh, Penner Oh, hier auch wieder Was ist denn hier los? So, da War doch geplant so Also, das ist das WDNH, Genosse Journalist Nein Doch Mh, ich hatte sie mir Eindrucksvoller vorgestellt Hey, ein Volan Sehr gut Das geht allen so Was für ein Ding? Aber hier ist doch gar nichts, oder? Es ist einfach Ein Pack Hab ich den rein? Komm mal mit Du wirst schon sehen Und halt die Kamera bereit Mit welcher Zeitschrift kommst du noch gleich? Roboterwelt heute Was wir heute haben, bekommt die Welt erst übermorgen Doch, ich will Elektro weiter aufrüsten Weil das für die Roboter auch haben Nervig Ja Nein Wo? Hey, du! Ja Ich will auf jeden Fall Wie viele denn noch? Warum so viele auf einmal? Hm? Egal Schnell hier rein Aua Nein Die haben irgendwie was Probleme, wenn ich nach rechts laufe Finde ich gut Das ist doch jetzt ein Hauptziel, oder? Nee, da oben ist ein Hauptziel Ey, wisst ihr was? Machst du ein Schwein Und dann mal wieder Heilung? Ich hab doch kein Alarmschub, oder? Nein, noch nicht In diesem Raum ist die Station Das System hat allerdings die Tür verschlossen Als das Protokoll aktiviert wurde Um den autorisierten Zutritt zu verhindern Ja, mit anderen Worten Ich muss erst da hoch Die Kamera Tür öffnen Und erst dann kann ich weiter Alles klar Das war aber gerade nicht mein Ziel Ich will zum nächsten Testgelände Das ist mein Ziel Ich schätze mal, das wird hier sein Ich bin schon dran vorbei Ja Das muss da oben sein Okay Und wo? Ui, ne Bahn Ich ist mir dran vorbei Ich muss hier sein Ich muss hier sein Ich muss hier sein Er muss irgendwo hier sein Es muss hier sein Also doch hier drin da muss irgendwas rein so wie es aussieht würde ich jetzt vermuten das loch noch so ein vieh hallo nein hallo hallo jetzt nicht rein nein was geht ein ganz mich hier nicht treffen sie erhöhen ihre sensoren reichweite ach quatsch du hast ihre sensoren ausgelöst major ja ich hatte keine andere wahl haben wir es mal lieber so ein ölchen hat er mich reingekickt lasst mich in ruhe das sind die fat boys wahrscheinlich was das ist keine ahnung das und das und das und das wir haben ja noch mehr als genug heilung gut unser gespeit naiv ist noch stärker sehr schön kann man noch nicht weiß ich noch nicht ob ich das überhaupt will ich glaube ich will lieber die reflex klinge ich weiß nicht wie ich da reinkomme in diesen tunnel ich gehe mal weiter dann kommen wir sowieso gleich zum testgelände wo wir eigentlich hinbeuten wo der ergonomische griff ist ergonomische griff und Da müssen wir ran. Denke ich mal, um wieder mit der Kamera irgendwas zu öffnen. Okay, aber wenn wir eh schon hier sind, gucken wir uns auch ein bisschen um. Ich will ja jetzt nicht von Bunker zu Bunker einfach so. Mal speichern. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss das ja mega stark sein hier. Ill. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist natürlich nicht so schön. Ich bin tot, oder? Ich bin tot? Ja. Beauty! Ein bisschen Biomaterial. Noch ein bisschen Biomaterial. Da war ich jetzt noch gar nicht drin. Da ist alles befallen, ey. Freischüss. Was der jetzt schon? Genau. Sorry. Fliege. Und explodiere. Nein. Also der war mit einem Schlag tot. Ich glaub das sind voll und direkt anzugleichen. In den Häusern ist einfach mal nix oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso hat man denn so große Häuser hier? Dann brauchen wir uns hier auch nicht umschauen, großartig. Da oben ist das Kamerasteuergerät, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Wow, 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 Drehbohr. Falsch gedacht. Wir müssen noch weiter in die Richtung. Ohne Drehbohr. Das ist die Pfeiffer von Sch Leaders. Also, daaaaack, so weiter wieso. Das ist das Kampfe von Schnell. Und dann ist der Daiger Weg gewährtién. Bis zum nächsten Mal.